Ich musste ja wegen Let's Play Poker noch diese eine Runde machen, wo ich nur Pistole spiele und alle anderen richtige Waffen. Und genau die machen wir jetzt. So. Ja, da springt mir schon eine an. Es gibt eigentlich nur zwei Maps, auf denen man sowas spielen kann. Und das ist Locker und Metro. Und Locker hatten wir ja schon. Hammer, deshalb jetzt Metro. Links. Ach, zwei. Oh Gott, mit der Magnum kann ich nicht mehr schießen. Mach, und wer ihn vermisst hat, Memphis ist auch wieder mit dabei. Moin. Ah, wer hat den schon vermisst, ey. Ich gebe mein Bestes. Am besten auch eigentlich immer, Patrick. Nicht gut genug. Gut genug. Ach, Granatenwerfen darf ich auch nicht. Frechheit. Wer denkt sich sowas aus? Ich kann's ja mit Leuchtbackel um nicht schmeißen. Genau, jetzt ist keine Granate. Ah, nein. Jawohl, da wolltest du aber auch ein bisschen viel, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Das ist der Rettrack. Jawohl, da kommt aber einer. Stell mich wieder hin. Ich wollte dich retzen. Muni, Muni, Muni. Vorbeigeretzt. Ja, ging nicht. Ja, dann komme ich mit Muni. Selbst Breezer muss dich low retzen jetzt. Ja, die sind direkt hier. Nehmen, da ist einer Breezer. Ja, ich weiß. Ja, er hat mich noch gekriegt. Ja, wir nicht spielen. Oh, durch den Spindgang kommt einer. Oh, durch den Spindgang ist einer. Ich traue mich gar nicht vorzugehen. Jetzt geht doch auch mal. Irgendwer meinte die... Was ist das für eine Pistole, die ich gerade habe? Die sei gut. Wie hast du denn? Die Compact, ja genau. Die ist top. Ich habe halt noch überhaupt gar nichts. Keine Aufsätze für die. Ist approved by Klaus. Ja. Hüftung, Klaus. Oh, beim Laden. Oh, der Sound von der ist ja scheiße. Hey Leute, wo seid ihr denn? Ich bin auf der Spindzeit. Ich bin mal Fabi. Ich bin gerade mit dem Zug weg. Links bricht ein. Hier schon rüber. Machen wir mehr Leute. Oh ja, der Sound ist aber echt scheiße. Piff, piff, piff macht er nur. Jaha, scheiße. Also drüben im Laden. Ende Spindgang. Danke. Mit der treffe ich ja auf Distanz auch gar nichts. Schade. Eieieieie. Geh mal ein bisschen vor. Memphis, geh mal rüber da. Ja, jo. Ist schon furcht. Nein, was ist das? Oh nein, ich bin ja... Ach, ich bin ja Dings. Oh, wow, wow. So rum. Was hab ich... Ich hatte gedacht, ich bin... Jo, oh... Nein! Nein! Jetzt! 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 Ich hatte gedacht, ich bin Maddick, sonst wäre ich gar nicht da hin. Ja, der Reeper rieb da noch so auf mir rum. Pass mal versuchen, in das Hauszeiten zu kommen. So, oh nein! Da liegt noch einer. MG-Schütze beim Container. Pass auf, unten an, hinter dem ersten B liegt noch einer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Entschuldigung! Ich bin im Fensterramm. Fensterramm? Türramm! Wuh! Hey, da sind zu viele und die liegen da alle. Ja, lass die kommen, lass die kommen. Ah, ma, ma, ma! Ja, das sind fünf Mann. Da stehen welche vor mir. Achso, nee, du bist es. Die neue Killcam ist ja auch wieder total im Arsch. Ja, aber ich versuch... Lass mich raus! Hä? Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade sehe. Ich konnte dich gar nicht retzen. Ging gerade nicht. Ja, also mit nur Pistole, da hab ich mir schön gefallen. Keine... Also Metro, neue Lieblings-Map, aber so geht er nicht. Ja... Musst du mal Magnum spielen, die geht eigentlich auch ganz gut. Oder M9, klassisch. Ja, jetzt muss ich doch da einen kriegen hier. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Sunny, Sunny. Komm retzen. Oh ne Scheiße. Ja, im Kampf gefallen. Ey, wie soll ich denn da irgendwen killen mit der Pistole, bitte? Wollen wir wieder ihn hier... Oh, bitte, achte doch mal auf die Minimap. Ich wollte dich retzen, leider wurde ich vorher von Leih zersiegt. Ich nehme jetzt hier, hier das Ding. Ich will nichts, was erinnern, was kriegt. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Vielleicht. Danke. Ja, du kriegst von mir auch noch einen. Oh, links sind echt viele. Wird er erst reanimiert und dann damit direkt getötet. Nein! Der rennt raus, die Sau. Ja. Ab ein, die sind hinten beim ersten Beet. Drei Mann direkt. Oh, ich würde so gerne... Raus, 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 kommt Leute. Schloss, ich steh'n. Ja, abhol. Da liegt noch einer links von dem Beet. Ich muss rein. Ja, ja. Oh, ich reing um die Ecke. Reing um die Ecke, Fabi. Oh, ja, ja. Ach, da liegt er. Ja, komm. Die Weis sind draußen. Ja, lass mich weg. Jetzt kommt einer. Jetzt, aber... Und den auch noch. Hinter uns, hinter uns. Ich hab'n kill'n. Ich kill' keinen, ne? Ich fall' einfach, wenn du noch... Ahhhh... Einfach... MG, ne? MG gewinnt ja auch. Ja, ja. Ich auch. Nee, du bist irgendwie... Dauerarbeit. Ich komm' mal gar nicht herzen. Bei mir zumindest. Dabei so... Ja, ich hab'n Tür. So lange bin ich noch gar nicht tot. Ah, jetzt find's. Ist das schlimm. Ich geh' gleich hinterher. Ich hab'n wieder entgegen, ne? Das ist meine Granate da hinter dir. Au, au, au. Das war aber nicht der eine. Nee, die nicht. Fabian, ganz gut. Er spielt nur mit dem Pistole und ist derjenige, der vorgeht. War nicht schlecht. Hab' einen, raus, 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 raus. Liegt an den Eiern. Raus, 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 ist gut. Hab' ihn. Komm' mit. Jetzt rechts. F2.000 hat Hunger. Hinter uns kommt aber gleich 8. Ne, draußen, die haben's. Gut, ich geh' ins Häuschen rein. Boah, fast gestorben. Von hinten kommen welche. Von draußen, von draußen. Ui. Ja. Oha. Ah, der steht hinter dem Bödenkontrainer. Das war jetzt nicht so schlau. Kannst du knicken. Äh, Winchester Deck von hinten. Wir versuchen die hier vorne aufzunehmen. Aber da kommen extrem viele. Ja. Kann ich nicht alle wegholen. Lass uns defensiv spielen. Lass uns defensiv spielen. Ja, glatt ich. Hier hinter denen. Wenn hier irgendwo, äh, diesen neuen Revolver rumliegen... Boah, ne, zu viele. Fuck it, da schmeiß' ich jetzt ne Granate. Kenn' hier nix. Bin tot. War ja kein Kill. Einer ist hinten durch. Ja. Sieh's, ich kümmere mich am Weg. Ja, aber... Ja, okay. Draußen einer... Oh, je, je. Da kommen von rechts, kommt noch... Kommt einer. Ah, er rett sich halt mit'n Lorenz, ey. Obwohl er alle Zeit der Welt hätte. Oh, jetzt hab' ich auch keine Munition mehr. Das ist aber doof. Ach, diese Kugel sich jetzt ver... Glas altert, das gibt's doch nicht. Ja, das ist aber doof. Was? Ja, sorry. Ja, wer lockt denn da? Ich war das. War nicht extra, war nur mit Absicht. Ich hab' keine Munition mehr. Ja, die sitzen oben im Haus. Schön, dass er mich nicht treffen kann durch das Glas. Ja, nein, das ist falsch. Durchspotten, das ist halt ganz gut. Ich mach' mal wieder aufhören, so. Kommen wir davor. Wo seid ihr denn so? Braucht'n mal Munition. Ähm, ich bin vorne links an der Ausgang. Bist du auch hier? Ah, dann werd' ich noch gleich sterben, dass er die Tasten falsch hat. Braucht' Munition. Ja, stell' innen. Yo, wie hier zwei Unfallen neben uns. Ah, das... Ich sag's euch. Ich werd' noch dran sterben, dass der die... ...seine Equipment falsch rum aufgestellt hat. Kann ich mir auch nicht merken, einfach. So, was machen wir? Hier, leg mal Ammo! Jetzt kommt er da rein. Ah, Gott, scheiße! Fleißene wird... ...was auch mal das für'n Name ist. Ja, der wird sich freuen. Wohlig Munition. Hier, direkt am Schaufenster. Hinter dem Schaufenster. Ohhhh. Ja, was da? Komm, stell' dich niner wieder hin. Naja. Jawoll, die haben's mir gemerkt. Drehpa, der Vollsack kommt der jetzt da durch. Drehpa. Ich geh' mal nach hinten und deck' von hinten. Klaus, kommst du mit? Ja, aber ich, ich bin dabei. Ich bin dabei. Okay. Denkst, let's, let's. Ah! Ah, nee, ich geh' zurück. Die wissen, dass ich HZ bin. Rechte Seite durch! Ja, rechts! Nein, ich bin down! Ach, scheiße. Ich musste auch mal zurück. So, komm, ich bin retz'n. Oh, ihr seid beide down. Ich komm' mal zu euch. Ich retz'n, kämpf du weiter. Alles klar. Weil sowas retzt immer noch mal der Geretzte, weil wenn ich wieder sterb in dem Gefecht, dann kann's mich gar nicht mehr retz'n. Wow, wow, wow. Links. Ja, rechts ist einer. Oh, da sind drei draußen. Ja, klar. Habt dich. Oh, shit. Schießt natürlich genau auf mich. Die Sau. Ich bin auch down. Oh, jetzt kommt wieder der Reporter reingeflogen. Bonder jetzt mal als Versorger und schmeißt das Zivi raus. Da geht ja keiner extra als... Nehm' ich doch mal ne... Oh, wir kommen da jetzt! So, ich hab 200 kleine Freunde mitgebracht im Magazin. Nehm' ich doch mal diese? Im G4, wa? Ja. Ach, geil. Ach, geil. Wir sind einfach 200 Schuss durch. Genau. Und... Drei Leute hab' ich mitgenommen. Geh' wieder nach vorne. Hier sind jetzt so viele. Dass die Leute auch immer mit uns verschieben, ne? Ja, 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 ja. Es retzt mich einfach keiner. Ey, was ist denn mit den Leuten wieder verkehrt? Ich hab' die jetzt mitgesprengt, aber... Totally worth it. Bauen sich wieder nicht die Leute. Das ist kack' klar. Komm' jetzt. Die kommen jetzt hin rein. Hinten? Wieso ist denn jetzt wieder weg, ey? Ja, weil ich drauf war und die anderen das vergeigt haben. Oh, der Revolver ist immer noch genauso scheiße wie... wie immer. Da sind jetzt zwei in diesem neuen Durchgang zur Metro runter, gell? Mindestens zwei. Ja. Achtung, Klecks. Hab' ihn. Links zurzeit wenig los. Okay. Jetzt können wir uns ausnutzen. Ja. Ja. Ebenso. Boah, das Ding ist ja scheiße. Wieder rechts! Der Durchgang zur Metro ist clear. Ab zwei. Ja, vor. Vor, vor, vor. Rettet einfach in dieses Haus rein. Gut, jetzt mach' halt! Wir sind rechts durch. Rechts ist eingebrochen. Ah ja. Wieder alle hinter uns her. Links im Haus. Drück doch mal nach. Jawoll. Ich komme. Ich bin hinter dir, Wenschi. Einer Spinngang. Link nur Munition, Link nur Munition. Gehen wir gleich mal hoch. Ja, ich komm mit. Wir setzen die erhöhte Position aus. Rechte Seite ist ein Ziel. Oh, ist da viel los. Ab drei. Oh, sehr schön. Ja, Spinngang. Die ABS ist immer echt heavy. Oh, ist diese Pistole blöd. Was? Das ist Brisa. Ne. Scheiße. Jetzt benutzt halt mal G18er. Na, auf die Distanz ist die G18 auch scheiße. Nö, das geht. Das gibt's doch nicht. Bugstar, Bugstar. Ey, ich hab mit der 44er und ZF euch in BF3 alles weggeschossen. Krieg hier gar nichts mit. Jetzt kommen sie ja auch noch gleich das Haus hoch. Ah, Bugstar ist ja gar kein Bugstar mehr. Ne. Obwohl. So. Obwohl. Oh, ich bin auf. Oh fuck. Telefon. Das ist ja ein guten Tag. Haha. Oh, was blendert denn da so? Ja. Oh, was blendert denn da so? Ja. Rechts ist äh dicht. Ah, ich hab ja wieder. Ich hab ja wieder sowas. Oh, ich seid ja langsam abgeschnitten vom Rest des Teams. Aus. Ja. Jetzt kommt mich halt aber nichts auch nicht mehr weg. Bin mal auf dem Weg zu euch. Bin jetzt da. Vinci? Ja? Bobby hat ne bessere KD als du und der spielt nur mit Pistole. Was? Ich hab gedacht, ich kann dich impfen. Du kannst nur ruhig glauben. Oh, ich will kein MG. Sack doch. Oh mein Gott. Zeit bei der G3 sind vorbei Memphis. Unten in dem Laden. Ja, ja. Ja, schon gesehen. Die guckt auch immer weiter. Hier ist schön hoch zu mir. Oh, schöne Pistolenkill. Oh ja. Oh nein, jetzt bin ich wieder HZ ey. Gerade wenn ich vorstürme. Bratz, Bratz. Der schöne Laden. War doch nicht abbezahlt. Ich bin gleich im Haus. Die laufen runter zu B. Braucht dringend mal nen Versorger. Ja, ich bin Versorger. Ah, hab schon eine Kiste gefunden. Yes, I am. Ja, das war meine. Gut. So, gut. Dann kann man auf den Bravo angreifen. Ja, dann lohnt sich das doch. Hier. Drücke nach. Ja, wir ziehen Alpha jetzt. Ich hab zwei auf Bravo. Ja, bei Bravo. Äh, Bravo fällt's gerade. Ist der jetzt mal Bravo. Das ist der überliegt. Pff. Scheiß drauf. Roger. Roger. Objective Alpha has been taken. Stay hold Objective Alpha. Er stack denn auch mal die Punkteanzeige auf 1600. Ja, da, 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 da. Oh. Nein. Er ist doch direkt. Ach, der ist unangenehm. Lass ihn mir! Ich weiß nicht, die Granate gegen den blöden Fenster holen. Eieiei. Fort C. Ja. Der und der auch. Wackel, wackel. Lass euch mal nen Ammo-Pack hier. Au. Überführung. Ja. Bin oben. Ich geh jetzt auf der anderen Seite runter. Oh. Herrgott. Jetzt gucken sie alle in meine Richtung. Ey. 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 Lauf mir doch einfach ins, äh, in die Kugel. Oh. Ich brauch unbedingt... Nein! Au, 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 au. Schade. Das hätte mich auch verwundert, wenn ich den jetzt von vorne hätte messern können. Ja, 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 ja. Doch, doch, doch. Ja, da ist leider nichts mehr zu retten. Äh, gut, äh. Rieser, ich komm bei dir. Genau. Robo einnehmen, Charlie einnehmen. So, machen wir es. Dann ist A wieder weg. Dann machen wir A wieder und dann... Ja, und dann ist die Runde eh zu Ende. Jetzt hab ich's ja gleich überlebt und es ist immerhin... Geh mal durch den neuen Gang, ja. ...noch mit 2er KD geworden. Geh mal hier unten. Linken Gang runter. Ja. Da geh ich jetzt nicht runter. Haben wir hier links nochmal wer mit? Ich komm links. Ach, warum geh ich... Oh, jetzt häng ich irgendwie jetzt an. Zack. Abhin. Wo sind sie? Hier kommt direkt einer. In 2. Hinter euch, hinter euch. Die kommen gleich vor der Rolltrip runter. Jetzt laufen sie hier gerade quer alle. Ja, als ob! Als ob! Genau! Nein! Was ist er überlebt? Was ist er überlebt? Genau deshalb habe ich dich für Splatoon abgelehnt, weil du ne Sau bist. Oh naja. Scheiße. Jetzt ist es doch noch unter 2 gefallen. Ohhhh. Putsi Putsi. Du bist vor mir mit dem Fick dich. 37 Punkte. Ja, musst du halt mal ein bisschen mehr spielen, Junge. Ja. Wollen wir Battlefield 3 spielen? Ja! Das ist schon ganz aus der Übung, ne? Ja. Ja, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, wo wir nochmal schießen? Ich glaub Steuerung, ne? Ja. Du hattest das noch auf Lenkrad konfiguriert, ne? Also ein F4. Ja. F10. Einer spielt mit Pfeiltasten, hat aber Spotten noch auf Q. Was? Da war doch irgendjemand. Ja, das ist ein Insider, den kann ich dir gleich mal erklären. Herrlich. So, ich würde sagen, nächste Runde werden die 100.000 fällig. Brauche ich nur 100.000 Punkte für? Ne, doch. Die 100, die 100 meine ich. Die 100.000 fällig für 100.000 Punkte. Das ist wieder klasse. Bis zum nächsten Mal.